1, 2, 3, 4 Hey ihr blöden Pisser Lasst doch den Freak Gamer in Ruhe Er hat euch nichts getan Seid froh, dass er das Blaze für mich macht Hey ihr blöden Pisser Lasst doch Freak Gamer in Ruhe Sonst werde ich euch stiefeln Mit meinen Sicherheitsschuhen Geil Aha Geil Geil Oh Gott, saulaut, Scheißdreck So, ja Hier ist euer Billy Rubin zurück mit Action52 Es hat ein bisschen gedauert bis zu diesem Teil Aber fuck it Ich kann jetzt endlich über 15 Minuten hochladen auf diesem Channel Buh Ja, und jetzt Zocken wir Operat Moon Beziehungsweise auch Operation Full Moon Ja, und dieses Spiel geht sogar auf einem normalen Emulator Okay, los Aha Das ging ja abrupt los hier Wow Also das Lied finde ich eigentlich recht geil, muss ich sagen Wobei ich genau weiß, dass alle Lieder eigentlich geklaut sind Und ich finde dieses Spiel ist eigentlich gar nicht so schwer zu spielen Obwohl die ganzen Objekte erst ganz anders aussehen, wenn sie oben erstmal laden oder sowas Keine Ahnung Ja Hm Ah Ah, fuck tot Naja Ähm Was soll man dazu sagen Das Auto fährt von selber Du steuerst nur die Richtung Wo du dich befindest Und du schießt mit A An welches Spiel erinnert das einen? Back to the future verdammt Okay Ah, ich sehe gerade was, wartet mal So Ja Besser Hahahaha Bissspackt die Musik sich ein runter Oh, herrlich Die Musik abspackt Fangen wir uns das mal an Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün Wasserflasche im Weg Oh Oh Äh Ich sterb Die Musik wie half sacken Ich bin Spack zum Rab Ich bin ein komisches Auto Warum ist der Mond grün? Warum ist der Mond grün? Warum ist der Mond? Warum ist der Mond grün? Und Wer baut auf dem Mond so viele Kanonen auf die mich tot sehen wollen? Auf dem Mond gibt es keine Aliens, Leute Auf dem Mond gibt es keine Aliens Ihr habt richtig gehört Und wie Wieso liegen hier eigentlich so komische Teile Da Warum liegen da so komische Teile eines Motherboards rum? Es sieht aus wie Ein Stück Motherboard Da könnt ihr mir erklären was ihr wollt Da könnt ihr mir sagen was ihr wollt Es ist ein Stück Motherboard Ich würde jetzt gern mal das Level hier schaffen Dün-dün-dün-dün Waaaah Geil Waaaah Ah Ah Blau Das ist jetzt plötzlich blau Ich kann es nicht verstehen Das ist doch nicht der Mond Der Mond ist doch nicht blatt Es ist weder blau noch grün Der Mond ist so grau weißlich so Wenn diese Mondlandung im Fernsehen kein Fake war Irgendwie glaube ich ja dran ist es ein Fake war Naja egal Ich werde viel zu tief grün Wenn ich nicht mal nichts okay Action 52 Und labere über solche tiefgründigen Sachen Das kann mal gar nicht passen Und wie kommt Leute Wie soll Wie hätten wir da durchkommen Wie hätten wir da durchkommen sollen verdammt Naja Wenigstens ist es ein Anspruch Wenigstens nicht einer von diesen Spielen Die man entweder nur gewinnen oder nur verlieren kann Oh Gott ich muss noch drei Minuten machen mindestens Naja kaum so schlimm ist es nicht Versuch es mal mit dem Bestes zu machen Ah Motherboard Es ist ein verficktes Motherboard Was das auf dem Mond zu suchen haben soll Das will ich erst mal gar nicht wissen glaube ich Was das auf dem Mond zu suchen haben soll Das will ich erst mal gar nicht wissen glaube ich Ich muss es schaffen, ich habe jetzt Durst. Wow, 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 wow. Wow, ah. Fuck, mit einer Hand ist es echt nicht so einfach, Leute. Nein, du wirst eh nicht so... ...und dann wird er nicht so... Ich kann echt nicht mehr so vieles... Ach boah, pinkes Motherfuck. Boah, war der Bass-lastig. Alter, ich weiß gerade echt nicht, was das alles darstellen soll hier. Und warum ich Pompische-Kanonen nur auf den Mond abschieße. Ich meine, es ist genauso sinnlos wie... ...weil der Farcraft-Spiel. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt zugeflampt von dieser Aussage. Bis zum nächsten Game Over mache ich noch und dann verabschiede ich mich von diesem Spiel. Briefe! Sieht zumindest aus wie Briefe. Ey, ich finde es so dumm, dass dieser... ...Bildschirm teilweise was ganz anderes lädt. Als... Also ganz oben sieht man teilweise ganz andere Sachen, als dann wirklich erscheinen. Das ist so... ...broken. Kaputt! Kaputt! Sollen wir uns wieder Q-Tips? Ne, der kennt es gerade gar nicht, was ich schieße. Auf gar nichts. Du, 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 du... Briefe! Shooting! Shooting! Die! Yeah! Ich will wieder ins zweite Level kommen! Ich will kurz nicht nochmal wieder ins zweite... Jaaa! Ich hab's... Ich bin gut, oder? Ich kann nicht wahrsagen, oder sowas. Ey, gelb und blau passen gar nicht zusammen. Active Enterprise. Das passt gar nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht, ihr Kinder? Wow, warum bin ich gerade nicht gestorben? Ich bin doch voll in die Reingerammelt. Ich verstehe es echt nicht. Also, ich hab schon andere Displaye gesehen, die Action-52-Displayed haben. Und die haben einfach in einem Part mehrere Spiele gezockt. Jaaa, aber ich find das... Was?! Wo bin ich... Oh... Ich find's persönlich irgendwie nicht so toll, weil... Ich weiß nicht, man solle schon den Leid und alles wirklich intensiv zeigen. Dazu sollte man wirklich in einem Part nur ein Spiel spielen. Auch wenn es... Hm. Sag ich mal, auch wenn es sehr mühsam und sehr... Wie erklär ich das jetzt? Anstrengend ist, ja. Ich frage mich gerade echt, wie viel Spiel das dritte Level aussieht farblich. Wahrscheinlich ist es wieder wie das erste oder sowas billig ist. Naja, vielleicht komm ich ja noch ins dritte Level. Mich würde es gerade echt interessieren. Ich bin gerade echt zahneugierig. Obwohl das schon fast krank klingt. Bei Action-52. Der stirbt man doch von diesem Bildschirm. Ich mein wie der... Woh, ho 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 ho. Erstens mal orange und zweitens mal, das war wie bei Star Evil. Naja, ich verabschiede mich von dem Scheiß erstmal, von diesem Spiel. So, bis zum nächsten Mal bei Action 52.